Hallo, heute zeige ich Ihnen unser industrielles WLAN Schalt und jetzt drei verschiedene Geschwindigkeitsmotors laufen. Und jetzt mache ich alle aus. Diese Geschwindigkeit von diesem Motor ist 8 RPM, deshalb können Sie schauen, diese Geschwindigkeit ist sehr langsam. Sie können schauen, diese drei Anzeige nicht ist an. Und hier gibt es eine grüne Anzeige. Es geht ums Internet und Power und WLAN Anzeige. Diese ist über Realized Anzeigers. Hier ist WLAN Modul. Und überhändig können Sie in dieser Steuerung. Und Sie können auch getrennt Steuerung. Jetzt können Sie sehen, es ist nur zwei Motors laufen. Jetzt mache ich aus, ein, aus, ein, aus. Danke für Ihre Chance. Danke für Ihre Chance. Hallo. Hallo. Hallo.